Herzlich Willkommen bei TipplapTube zu diesem Video. Wir sind hier im Garten und ich glaube, wir werden es hart bereuen nachher, aber egal. Wie ihr seht, Ash, in Badeklamotten. Hast du Bock? Nein. Wir haben unseren Pool hier hinten, der sieht richtig schön aus, was das richtig geil ist. Es ist auch mittlerweile Claude drin und so. Ihr werdet heute mich fragen an jeden stellen. Mama ist auch mit dabei hinter der Kamera. Ash, würdest du dich darauf stellen? Ich werde ihn über den Pool halten, ihn eine Frage über mich stellen, wenn er die richtig Bahnhof aufsetzt. Jetzt ist alles gut, hat er toll gemacht. Wenn er es allerdings falsch beantwortet, fliegt er voll die Kanne in den Pool rein. Ja, das machen wir mit mir und Mama auch. Genug nicht. Also ich würde sagen, er kann direkt losgehen. Ich habe schon Angst, die Sonne muss mir nächstes Mal rauskommen. Oh Gott, ey. Okay, wir fangen an. Erste Frage. Erst stell dich hin. Was ist die erste Frage? Einmal rauf, auf die Land. Kannst du dich zuerst? Nein. Hopp, hoch. Körperspannung und rückwärts rüberhalten. Einmal bitte. Okay, jetzt. Bereit? Ja. Was? Sieben mal acht? Äh, 6,5,6. Noch nicht vergessen, nach einer Woche Ferien. Oh Gott. Okay, ich bin dran. Warum mach ich ehrlich, bitte? Was, wenn ich gegessen bin? Haa, Pizza. Ah. Ich glaube, ich weiß, was ein Liedsatz ist, oder? Döner. Wurde ich sagen, entweder Pompdöner oder Döner. Ich war mir so nicht sicher, ob Döner oder Pizza. Oh. Ist das Wasser schön warm? Was? Ist das Wasser warm? Ja, es ist heiß. Ich schwitze schon. Mama hoch. Was? Was? Mama auch dran. Ja, ja, ja. Okay, komm auch. So, Mama, überleg dir schnell eine Frage über dich irgendwas. Ich kann nicht nach hinten fallen. Oder auch eine Rechnerpfarrer oder was. Ich jetzt trinke. Okay, bereit? Nein. Mir ist kalt. Nein. Okay, ready. Bitte neun. Ash, was ist deine Frage? Feel laut bitte die Frage. Ich vertraue dir nicht. Was ist meine Lieblingsfarbe? Was? Lieblingsfarbe. Schwarz. Was war das denn? Sie lässt mich, sie hält mich fest. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Hä? Ne. Schwarz. Er hat auch Blau gesagt, weiß ich. Und Papa hat auch was. Ja? Ich hab auch Blau gesagt im Video. Ich hab auch Blau gesagt. Du trägst immer Schwarz. Oh nein. Los, ich mach nicht mehr Müll. So, Mama raus. Ash, du bist dran. Warte, ich frag jetzt. Oh, weißt du was? Es ist hier wie eine Schirmhalle. Ja, ist auch Klo drin. Was? Lass mal die Bank abstrafen, bitte. Nein. Doch. Und das da auch. Mama rutscht hier weg. Das war egal. Alles gut? Ja. Ready? Komm nochmal da hoch. So, jetzt schon mal am Rand bitte. Hoch mit dir. Okay. Und? Okay. Wie lange sind Chris und ich zusammen? Zwei, drei Jahre. Ahhhh. Altsch! Was für zwei, drei, schon vier, fast fünf. Hey, schön aufbaden. Wie gesagt, komm wieder raus. Ich möchte auch wieder ran. Oh Mann. Was? Erfrischend, oder? Ich such dich hier die Frage raus und dann leg los. Okay. Ah, Digga, was machst du? Mach! Ja, du schluchst dich ja so schnell reingefühlt. Wann gehe ich ins Bett? Gar nicht. Ahhhh. 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 Keine Ahnung, wann so um zwei, drei Uhr? Nein, zwölf? Ja. Immer umgeschnitten. Du hast heute uns eigentlich geschlafen. Ja. Sag mal, hast du um zwölf im Bett? Umgeschnitten. Ja. Ungeschnitten. Wahrscheinlich rennt dich das erstmal aus. Wie lange nimmst du noch für so? Nein, ungefähr zwölf geht immer ins Bett. Ja. Also in die Ferien. Das glaubt Mama dir nicht. In die Ferien. Seit zehn. Okay. Du bist zwölf ins Bett. Zehn ist so ins Bett. Und da meine ich ja einfach. So, Mama kommt mal her. Was? Nein! Nimm Papa. Nee, ich meine Max. Nimm Papa. Nimm Papa. Ja, ich auch nicht. Also erstmal, wenn das in die Ohren kommt und dann Migräne. Ich habe Angst mit ihm. Ich habe Angst mit ihm. Nein, nein, nein. Ich halte immer auf. Nein, ich auch. Nein, nein. Doch, ich mache Fragen. Nein. Max ist dran. Doch, Max ist dran. Komm runter. Max ist dran. Aber ich lege nicht komplett ins Bett. Was ist die Kamera? Hier bei dir im Zimmer. Esch, Kamera? Ja, hier Esch. Esch. Kamera. Esch. Wir müssen uns ranhalten, sonst erfrieren wir hier noch. Ich habe Angst. Ja, jetzt. Was läuft denn da? Was? Ich war schon drin. Aber ich konnte abspringen. Ich habe Angst. Ich wollte den Esch mitziehen. Aber ich will nicht komplett rein. Wisst ihr, wie kalt es ist? Darf ich nur einspringen? Nein. Also wenn ich komplett ins Wasser. Wenn der Buchsgenossenschaft sehen würde, wie du da stehst. Warte, ich muss uns eine Frage überlegen. Oh Mann. Aber lass mir bitte Zeit. Läuft die Cam überhaupt bisher nicht? Ja. Ja. Mach jetzt. Warte. Ja, okay. Was ist denn mit dir? Jetzt mach. Ich friere, Mama. Mach jetzt. Mach jetzt. Warte. Warte. Was ist meine Lieblingsstratbull-Sorte? Diese. Diese. Ja. Was? Nein. Falsch. Falsch. Nein. Falsch. Diese. Also hast du erst einmal den zweiten Versuch. Ich muss eigentlich die Orangenen. Falsch. Ne? Das wären die grüne gewesen. Das weißt du gar nicht. Das ist rot. Deine Lieblingsstrat. Oh Gott. Deine Lieblingsstrat ist rot. Nein. Doch. Doch. Christi's Lieblingsstrat ist die rote. So, okay. Wer hat das Nächste ist? Esch du wieder, oder? So, Mama, du kannst Esch für uns halten. Okay, Mama, Frage über Mama an Esch. Let's go. Was ist schon dran jetzt? So, schön laut reden. Ja. Bereits? Ja. Alles so. Äh. Pizza aber Nudeln. Pizza. Äh, Nudeln. Nudeln. Irgendwie dachte ich, du hast mich gefragt. Oh. So, das ging um mein Lieblingsessen. Das ging um mein Lieblingsessen. Oh, ich hab dumm gemacht. Ja, ganz, ganz schlaue Aktion gewesen. So, okay, als nächstes. Mama, filmst du? Ja, ich film. Nein. Okay, warte. Esch hält mich jetzt, ne? Ja, ja. Kannst du es herfen? Bitte das Weiße. Was machst du denn? Halt mich doch fest. Festhalten. Okay. Nein, oder all das? Nein! Nein! Richtig! Yeah! Nein, das war richtig! Nein! Er wollte mich reinziehen! Nein! Echt? Aber es war richtig. Nein, ich wollte mich hochziehen. Ja! Aber was war das? Ist richtig oder falsch? Richtig. War richtig, nein. Warum bin ich jetzt im Pool? Weiß ich nicht. Weil es so viel Spaß macht. Hä? Weil wir heute über 30 Grad haben. Mega war ich heute bei uns. Ich will das nicht rein! Ich will das nicht! Komm! Komm! Die nächste Frage wird schwer, selbst für mich zu beantworten. Lass mir Zeit! Lass mir Zeit! Lass mir Zeit! Lass mir Zeit! Das war auch geil! Aber Sushi, glaube ich, ist ein Minibisschen besser. Ja! Also erst nicht schlimm, weil du es jetzt irgendwie falsch beantwortet hast. Okay! Komm raus! Komm raus! Das Wasser ist jetzt werber! Das ist raus! Ja, das stimmt! Das ist wie im Meer! Das stimmt! Das ist doch ein Werber, oder? Okay! Nächste Frage auch nicht! Ich bin bereit! Mama, du nicht mehr, oder? Äh... Oh! Das zählt, Schnucki! Dein Zelt! Warte mal! Aber es ist alles gut! Achso! Soll ich nicht geben? Nee, okay! Ist okay! Du hast eine Frage? Ja! Sicher? Ja! Okay! Digger! Valorant, Fortnite, Minecraft oder... Was? Valorant, Fortnite, Minecraft und Rocket League! Oh! Digger! Nein! Hä? Mehr Rocket League jetzt schon! Warum? Weil er... Er wurde gebannt! Ist echt angenehm, weil wir drin sind! Ich glaube, dass wir drin sitzen! Ja, ne? Ah! Links! Ah! Ah! Warte, pass auf! Pass auf! Nein! Pass auf! Er schriert schon! Pass auf! Mein Traumauto! Tesla! Nicht Tesla! Was? Nicht Tesla? Nein! Audi, würde ich sagen! Na klar! Schlimmer! Du redest immer nur, wenn wir auf der Autobahn sind! Oh! Tesla! Nein! Da klappt die nie! Oh! Audi! Audi! Ja, weil... Nein! Nein! Eigentlich ist Audi seitdem er klein ist, sein Lieblingsfavorit! Ja! 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 Ich komme wieder raus! Ich habe keinen Lust mehr! Okay Leute, also ich glaube, wir erfrieren hier sonst noch! Ey, jetzt ist hier irgendwie Handtuchspendeaktion hier! Für heute im Echt so ein Handtuch hier! Perfekt! Ja! Leute, also es ist ziemlich kalt eigentlich! Aha! Schien bis eben die Sonne! Bis wir angefangen haben aufzunehmen! Bis wir alles wieder gestartet haben! Ja! Aber es ist halt echt heute windig! Deswegen leider würde ich sagen, brechen wir an der Stelle ab hier! Ey, eigentlich waren das genug Fragen, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung! Leute, sollen wir einen zweiten Teil machen? Lasst uns das gerne wissen in die Kommentare! Mit Papa zusammen! Da ist es nur bei 30 Grad Wassertemperatur! Ja, okay! Wir können da heißes Wasser dazu kippen! Auf Rennertemperatur? Ja! Alles klar! Also nächstes Mal! Wenn wir draußen 30 Grad sind, lasst uns noch nach oben da! Wir müssen uns jetzt irgendwie erstmal aufwerben! Hoffentlich werden wir nicht krank! Nein! Nein? Nein! Das ist ja nicht so, dass wir letztens erst im Meer baden waren! Der ist nochmal hier drin! Nein, das ist alles besser! Ja, das ist besser auf jeden Fall! Leute, das ist noch nach oben da! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Es ist schon erfroren! Bist du schon erfroren? So! Wer möchte Pizza? Die Pizza ist fertig! Echt jetzt? John! Wäre cool, wenn du wirklich Pizza hast! Ja! Echt? Komm rein hier! Alle durchs Fenster durch! Alle nasse in Eschzimmer! Nein! Vergiss es! Nein! Absolut nicht! Nein! Bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!